Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Challenge, beziehungsweise heute sogar mit einer Doppel-Challenge aus dem Vorstellungsgespräch. Und diese Challenge wurde von Amazon gefragt beim Vorstellungsgespräch. Und ja, sie ist nicht ganz so schwer, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, aber sie ist trotzdem sehr interessant, was das Denken angeht. Und zwar, und deswegen habe ich sie hier auch genommen, wir wollen eine Zahl, zum Beispiel x gleich 42, umwandeln erstmal in Bits. Das ist der erste Teil der Challenge. Und der zweite Teil der Challenge besteht darin, diese Bits umzudrehen. Das hört sich jetzt erstmal einfacher an, als es vielleicht ist. Wir wollen aber tatsächlich mit Bits hantieren und die dann hier quasi reinkriegen. Und natürlich, ah, und bevor wir jetzt hier weitermachen, ihr dürft mir gerne mal schreiben, ob ihr irgendwas Pusten hört bei mir. Denn, ja, bei mir ist es, also bei jedem ist es, glaube ich, momentan sehr, sehr kalt. Und ich heize mein Arbeitszimmer nicht wirklich, sondern ich heize mit meinem PC. Und der pustet momentan ein bisschen lauter. Das heißt, schreibt mir das ganz gerne mal, dann mache ich das für die zukünftigen Aufnahmen aus. Okay, also, was genau wir hier machen müssen, ist natürlich erstmal die 42 Bits umwandeln. Und wie wir das machen, naja, es gibt zum Beispiel Bytes, also die Funktion Bytes von Python, wo ich einfach x reinstecken kann. Wenn ich das allerdings dann ausgebe, sieht das so aus. Okay, das darf ich nicht machen. Das hier darf ich natürlich nicht machen. Ja, da müssen wir hier erstmal das so machen. Okay, also wenn wir das hier ausgeben, dann sehen wir hier binär aus x00, also hexadeximal 00000000 und so weiter und so fort. Also wir kriegen hier einen Haufen, Haufen Bytes raus. Aber irgendwie ist das nicht so ganz das, was wir gerne haben wollen. Ja, das heißt, wir müssen das irgendwie anders machen. Python bietet euch allerdings gleich zwei Möglichkeiten, Bits zu schreiben aus einer Zahl. Und die erste, die ich euch vorstellen möchte, ist bin. Bin benutze ich normalerweise. Das ist eine sehr angenehme Funktion, die genau das tut. Sie schreibt 0b, dafür, dass es binärformat ist. Und dann 101010, was 42 in binär ist. Die zweite Variante ist ein Format String, den ihr natürlich auch benutzen könnt. Das heißt, ihr könnt hier hinschreiben xbits ist gleich. Und hier dann einfach sagen, hey, ich hätte gerne die ersten zum Beispiel acht Stellen von meiner Binärzahl. Oh, ups, das muss natürlich ein String sein, sonst ist es kein vernünftiger Format String. Ein String sein. Und hier sagt jetzt einfach, ja, hey, und übrigens, meine Binärzahl, die ich da gerne reinformatieren würde, das ist natürlich mein x. Funktioniert eigentlich genauso. Und ihr habt dann hier natürlich genau diese acht Stellen. Und ja, ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Allerdings bevorzuge ich diese Schreibweise hier deutlich mehr, denn sie ist a, kürzer und zweitens weiß man gleich, was mit Bin gemeint ist. Deswegen lassen wir die hier mal außen vor. Da das hier allerdings natürlich jetzt nicht ganz das ist, was wir brauchen, da steht ja immerhin 0b vorne dran, und wir das umdrehen wollen am Ende, müssen wir das noch irgendwie abschneiden. Das heißt, wir sagen hier, bitte von 2 bis Ende. Schauen, ups, nicht die Backen, sondern eigentlich möchte ich es ausführen. Vielen Dank. Und wir sehen hier 101010, das ist genau das, was wir brauchen. Und übrigens, das, was ihr vorne abschneiden müsst, ist immer 2, weil ihr natürlich immer genau 0b abschneiden müsst. Das heißt, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. So, um jetzt die Bits umzudrehen, habt ihr gleich mehrere Varianten, die ihr hier nehmen könnt. Und wir wollen selbstverständlich hier diese 101010 rausbekommen. Und das können wir relativ simpel eigentlich lösen, indem wir hier einen Lehrer-String.join machen. Das heißt, wir wollen eine Liste von einzelnen Buchstaben aneinanderfügen. Und zwar, naja, wie bekommen wir diese Liste an Buchstaben? Wir schreiben uns eine Liste aus den umgedrehten Buchstaben, das heißt, reversed von x Bits. Und dann haben wir eigentlich schon alles, was wir hier brauchen. Wir sehen hier, okay, wir haben hier 010101. Und das ist genau das, was wir hier hatten, nämlich nur reversed. Jetzt muss man natürlich noch hier eventuell führende Nullen rauslöschen. Das bedeutet, wir sagen, wir wollen hier eigentlich, naja, diese Null vorne dran, beziehungsweise beliebig oder eventuell unendlich viele Nullen vorne dran rauslöschen. Könnte ja sein, dass unsere Zahl hier gigantisch groß ist, zum Beispiel 1024. Dann haben wir extrem viele Nullen, die wir vorne dran haben. Nämlich, naja, nicht so viele, dass ich sie zählen sollte, denn es könnte ja auch zum Beispiel noch mehr von diesen 1024, also noch mehr Nullen vorne dran sein. So, das heißt, wir gehen jetzt hier wirklich her und sagen, for i in x Bits Ref, if i gleich gleich 1. Ja, was machen wir, wenn es 1 ist? Dann breaken wir natürlich raus. Ansonsten sagen wir x Bits Ref ist gleich x Bits Ref von 1 bis weiter. So, und was wir jetzt bekommen hier im Endeffekt ist genau das. Wir schneiden vorne so viel ab, also jedes Mal schneiden wir quasi eine Null ab, außer es ist eine 1, dann breaken wir raus aus dem Ganzen und machen nicht mehr weiter. Ich spare mir jetzt hier noch eine Zeile ein und dann ist das immer noch richtig. So, und jetzt machen wir hier mal die 1024 rein. Da sehen wir nämlich dann direkt, ah, okay, das ist nur noch eine 1. So, das ist die Variante, wie ihr das Ganze mit Strings lösen könnt. Jetzt gibt es allerdings auch noch die Variante, das Ganze direkt mit Binärzahlen zu lösen und die fand ich fast noch ein bisschen interessanter. Und die schreibe ich jetzt hier mal ganz unten hin. Das heißt, wir sagen hier, also dass man nicht vorher irgendwie das Ganze in String konvertiert, das sind ja alles Strings hier. Das ist ja keine echte Zahl mehr. Wir wollen hier das Ganze tatsächlich auf der Zahl durchführen und zwar mit Zahlen. Das heißt, print to reversed binary von x. Und das ist jetzt genau die Funktion, die wir hier schreiben wollen und die löst das Ganze ein bisschen anders. Okay, also wir bekommen hier eine Zahl x und wir wollen am Ende, dass wir hier diese 1 zurückgeben beziehungsweise in unserem Fall mit der 42 sollte es die, ah ja, natürlich, das kann nicht funktionieren. Wir müssen hier erst einen Pass reinhauen. Und in unserem Fall sollte es natürlich die 1010 sein, die wir hier zurückbekommen. So, wie machen wir das? Nun, wir wollen uns erstmal eine neue Zahl Red definieren, die sozusagen unser Return-Wert ist. Und jetzt gehen wir hier einmal durch unsere Zahl durch. Aber, also, im Endeffekt, wir gehen durch das imaginäre Binär durch, das wir hier nicht haben. Und wir können ja uns hier vorne dran so viele Nullen vorstellen, wie wir wollen. Das bedeutet, wir können hier sagen 0, 0, 0, 0 und am Ende steht halt 101010. Das ist dann 42. Okay, wie genau definieren wir das jetzt? Naja, wir sagen hier tatsächlich, wir wollen einmal annehmen, dass jede Binärzahl 42, äh, 32, sorry, 42. Die Binärzahlen haben natürlich alle 32 Zeichen. 32 Bits, um genau zu sein, weil es Integer oder Float 32 sind. Normalerweise, wir arbeiten hier mit Integern, deswegen hier in 32 sind. So, und in Python gibt es an sich keine Beschränkungen. Es könnten auch mehr sein als die 32. Wir gehen jetzt hier erstmal von Zahlen aus, die mit 32 Bits dargestellt werden können. Und das machen wir dann so. Wir gehen hier quasi einmal durch, jedes einzelne Bit von unserer, von unserer Zahl durch. Und, naja, wir haben hier aktuell eigentlich kein Bit in der Hand. Wir haben hier die Zahlen nicht als Bitzahl vorliegen. Aber im System liegt sie immer als Bitzahl vor. Und das heißt, wir können hier mit unseren neuen, äh, mit unseren binären Operationen, hier auch hin und her jonglieren, wie wir das Ganze wollen. Und da wird es jetzt ein bisschen spannender als gerade da unten. Und das waren ja einfach nur String-Manipulationen. Wenn wir mit Binärzahlen hin und her jonglieren, sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wir sagen hier, unser Return-Wert ist gleich. So, was machen wir jetzt? Wir wollen eigentlich das letzte Bit unserer Zahl auslesen. Ja, das heißt, wir haben hier unsere Zahl 42, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Und wir wollen jetzt dieses Bit hier auslesen. Wie können wir dieses Bit hier auslesen? Nun, wir können ganz einfach sagen, wir wollen hier drinnen einen Vergleich machen, ob das mit 1 gleich ist. Das heißt, wir sagen hier, wir machen einen binären Vergleich und überprüfen, ob das 1 ist. Also sagen wir hier Num und 1, beziehungsweise x in unserem Fall, weil unsere Zahl natürlich x heißt. So, also wir haben hier die Zahl x gleich 1. So, und wenn wir jetzt weitermachen, dann müssen wir natürlich unsere Return-Zahl um 1 nach links shiften. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir haben jetzt gerade geguckt, ob unsere Zahl hinten eine 1 stehen hat. So, und jetzt wollen wir natürlich die Zahl, also ob das jetzt, zum Beispiel nehmen wir einfach mal hier die 42 mit 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ja, wenn wir jetzt hier diesen Vergleich machen, dann haben wir hier hinten die Zahl rausbekommen. Also mit binärem und, da bekommen wir mit einer 1 immer eine 0 raus, außer hinten steht eine 1. Also wenn wir hier eine 0 stehen haben, dann kommt bei diesem und eine 0 raus. Das heißt, Return bekommt eine 0 geschrieben an die aktuelle Stelle. Und, naja, wir müssen aber noch irgendwie dafür sorgen, dass die bestehenden Stellen irgendwie verbleiben. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel bei der nächsten Stelle sind, dann müssen wir natürlich unsere Return-Zahl ein bisschen verschiften. Ja, das heißt, wir sagen hier, okay, das, was wir davor hatten, diese 0, die wollen wir natürlich an die linkere Stelle schreiben. Also, ich mache mal kurz ein Beispiel hier. Im ersten Durchlauf überprüfen wir 0 und 1 ist 0. Okay, nächster Schritt, 1 und 1 ist 1. Und wir wollen das ja falschrum dahin schreiben. Das heißt, wir shiften jetzt unsere 0, 1 weiter nach links und schreiben dann die 1 dahin. Nächster Schritt, wir shiften alles, was wir davor haben, 1 nach links und überprüfen dann 0 und 1. Naja, das ist wieder 0, also 0. 1 und 1 ist wieder 1. 0 und 1 ist wieder 0. 1 und 1 ist wieder 1. So, und damit haben wir quasi unsere Zahl. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen das bisherige nach links shiften und dann die neue Zahl berechnen und drauf addieren. Weil es ist ja immer noch einfach eine Addition. Also sagen wir hier, unsere Return Number wird nach links geschifftet um genau 1 Bit und dann addieren wir unsere Zahl hintendran drauf. Also wir addieren 1 drauf, falls es eben 1 ist. Wir addieren 0 drauf, falls es eben nichts ist. Und dann shiften wir wieder. So quasi die ganze Zeit. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit durch. Allerdings müssen wir auch bei unserer Zahl ein bisschen hin und her shiften. Wir müssen ja immer hier sagen, wir wollen am ersten Schritt das hier lesen, im zweiten Schritt das, im dritten Schritt das, im vierten Schritt die 1, im fünften Schritt die 0 und im sechsten Schritt auch wieder die 1. Das heißt, was wir machen ist, wir sagen hier, x verändert sich insofern, dass wir x genauso um 1 nach rechts shiften, also quasi 1 rausschiften. Die Zahl wird einfach gelöscht, dann wird die gelöscht, dann wird die gelöscht, die, die und dann die. Und dann haben wir quasi unsere Zahl fertig. Und somit bekommen wir am Ende unsere Return Zahl, die natürlich genau das Binäre sein sollte von unserer tatsächlichen Zahl. Und sogar tatsächlich als normale Zahl umgewandelt, was faszinierend ist eigentlich. Und ja, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was wir hier zurückgehen müssen. Das ist natürlich Red und führen das Ganze mal aus. Und wir sehen hier, wir bekommen als Zahl 140.009, ähm, Moment, nein, viel, viel mehr, ähm, 1.409.286.144. Das bekommen wir als Zahl aus. Warum ist das was so anderes als dieses Ergebnis obendran? Naja, weil ich die Aufgabe nicht eindeutig gestellt habe, beziehungsweise Amazon hat die Aufgabe nicht eindeutig gestellt. Denn, ja, es ist beides korrekt. Ich habe hier halt die Nullen, die führenden Nullen vorher abgeschnitten. Wenn ich hier die führenden Nullen noch dran habe, dann ist es was anderes. Also dann, ähm, ja, klar habe ich dann noch eine andere Zahl. Und außerdem haben wir das Ganze hier als Binär-String ausgegeben. Ich kann hier natürlich auch diese Zahl, ähm, noch in Bits konvertieren. Das mache ich dann folgendermaßen. Ähm, wir schreiben einfach, ähm, Bits ist gleich das hier. Und dann kann ich einfach nur hier Bits ausgeben. Und kann mir dann hier mein, mein Join umwandeln. So, Bits. Okay. Und ja, dann kann ich das Ganze hier wieder in Binär umwandeln. Achso, natürlich. Da muss ich natürlich auch erstmal wieder hierher gehen und die ganze Zahl in Binär umwandeln. Und das wäre dann Bits. So. Okay. Und ja, natürlich, ähm, ich sollte es vielleicht noch ausgeben. Imprint-X-Bits-Ref. Und ja, natürlich, das ist eine andere Herangehensweise. Und das stimmt definitiv nicht. Also diese Zahl hier hat nicht diesen Wert. Ähm, ja, gut. Aber die führenden, also die nachrückenden Nullen hier sind, glaube ich, das, was hier falsch war. Aber eben, das ist im Endeffekt hier nicht ganz eindeutig aus der Aufgabenstellung rausgelesen worden, ob man jetzt führende Nullen dran lassen soll oder ob wir die nicht dran lassen sollen. Hier haben wir sie dran gelassen. Dann passiert das hier, weil wir natürlich einfach auf Binärzahl oder auf Binärebene arbeiten. Wenn wir sie nicht dran lassen, können wir hier auf String-Ebene arbeiten. Wir können auch anderweitig auf String-Ebene arbeiten. Das ist gar kein Problem. Wir können hier auch einfach sagen, wir konvertieren uns X-Bits zu 32 mit Binär. Das würde auch funktionieren. Sieht dann eben so aus. Und, äh, okay, das möchte es, glaube ich, nicht so unbedingt. Ähm, aber genau, wir können hier theoretisch... Ja, jetzt, ich habe doch gleich gemerkt, dass ich hier irgendwas ausversingelöst habe. Sorry dafür. Ähm, wenn wir hier die Nullen vorne dran leer lassen, also quasi sagen, hey, wir wollen hier die führenden Nullen bei unserer 32-Bit-Zahl vorne dran lassen, dann wird natürlich auch diese Liste hier deutlich länger werden. Dann haben wir hier nämlich eine 1, 0, 1 und dann haben wir hier deutlich viele Nullen hinten dran. Wenn wir das dann wieder in eine Zahl umwandeln, dann kommen wir bei derselben Zahl raus. Je nachdem eben, ob man die Zahlen führen oder die führenden Nullen dran lässt oder nicht. Ja, ähm, schreibt mir eure Lösung gerne mal in die Kommentare. Es gibt sehr viele Möglichkeiten hierbei. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Challenge. Übrigens gerne mal Feedback geben oder sowas, ähm, weil ich gemerkt habe, dass nicht mehr ganz so viele Leute mitmachen hier. Aber ja, ähm, ist eure Sache natürlich. Aber ich würde es gerne verbessern, wenn ich kann. Gut, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.